Jetzt Nummer 3, man stand für euch da. Die Döde, Töte, Stahl, Gegenschnitt. Pass auf, das hat es vorher leider nicht ganz aufgenommen. Der Akku war wieder mal platt. Das Ende von Hutz war dann aber gar nicht Stativ. Nein, nicht Stativ, sondern eben genau das Gegenteil. Das ist die bewegte Kamera. Angstkamera, oder wie auch immer. Einfach googeln. Fedodorf, Schmidt, wo weichen wir? 20, 24, 08, 26. Reinhardt-Stahnbücher, YouTube. Applaus 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 Tja, es ist okay. Tja, es ist okay. Vielen Dank. 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 ...